Hallöchen Leute, Willkommen wieder zurück zu Flop Games mit mir in dem Stray90, dieses Mal, der Titel, der Rasenmäher, Mann, ja, der Titel hat es mir einfach angetan, ich musste einfach wissen, was sich dahinter verwirrt, so, ähm, ja, THQ Software, der Rasenmäher, Ja, was, was kann man sich darunter jetzt schon vorstellen, der Rasenmähermann, Lizenz to THQ, 1993, By the turn on the premium and technology, known as virtual reality, will be in widespread use, it will allow you to enter computer-generated artifacts, bla bla bla, der Rasenmähermann, schon wieder, Ah, ich hab Angst, Job, Job war ja normal, jeder nannte ihn in Rasenmähermann, okay, Dr. Angelo experimentierte mit virtual reality, um Jobes Intelligenz zu erhöhen, Die Projektleitung hatte The Shop, ihr Interesse war, Jobes Militärischer Nutzer, hä, ein Rasenmähermann bei Militärern? Da, wie sie denn aus, die Programmieren, Job in ihrer eigenen VR und erschaffen ein Monster, Bwoh, hohoho, nur Angelo und Carla können in Jobs virtual domain tun, Aha, wir haben immer eine Story, also, das ist schön, Player 1, Eintritt in Cyberlord Dem, ähm, wir stehen, ich hab mir jetzt Start gedrückt, so hier können wir zwischen Angelo und Carla wählen, wir nehmen aber mal Angelo Also spielen wir sozusagen Player 2 oder wie? Wow Ah, was? WTF? F Okay, ich kann mich dunken, ich kann springen Cool Cool Neneneneeneeneene WB 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 Fak O-key Dadadadadadadede Perk Da drei O-key ich kann's nicht Druck machen CD's Nein 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 harem noch Mann, 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 Mann Ey, continue, ja! Ja, dann lass mich doch da rein, doch mal, cool, wow, 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 ne, was ist das, ey, krasser, shit, man, wow, ja, also, exit, geschafft, okay, also, das, ne, das ist jetzt wieder so, ne, 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 ey, 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 komm gleich, wow, 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 was geht denn jetzt los, ey? Ne, 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 ne. Ja, volle Wexler! Ey! Was ist das, Mann? Das Spiel ist voll lustig. Also ganz ehrlich. Das gefällt mir. Also sowohl grafisch ist es cool gemacht. Ja. Als auch Baum und so. Ja. Ja, lass mich doch wieder, Mann. Oh, übel. Leute, wie... Hab ich mich verändert? Ich hab da gerade... Leute, ich hab da gerade gar nicht so drauf geachtet. Das ist ja voll geil. Du explodierst bestimmt gleich. Okay, hier kann ich... Okay? Ist da irgendwas? Nee. So, Multiplar... Zugeben. Ähm, ja. Hier hoch. Machen wir dich wieder kaputt? Die Funke? Oder aktivieren dich? Ich geh da rein. Jetzt kommt wieder... Player One! Ach du Scheiße. Das wieder? Alter! Alter! Wow! Wow! Was ist das? Das ist... Alter! Was ist das? W-Fuck! Nein! Nochmal! Oder wieder rein. Ich schaff das! Das ist lustig, das Spiel. Wir haben ne Story und es macht vollkommen... Wow! Und es macht mal Spaß. Das war alles. Ja, entf... Ey! Hm! Nein! Nein! Ich will da wieder rein. So! Und los! Alle Gugdicke sind drei! Es kann nur sch... Ja, besser werden, ne? So! Wow! Wow! Exit! Exit! Wir haben es geschafft! Ja! So! Ach, wir haben jetzt... Boah! Äh! Fick dich! Nein! Oh, Mann! Gera ist mehr, Mann! Wir... Ich... Wollte jetzt eigentlich sie nehmen, aber egal. Änder sich dann da irgendwas? Keine Ahnung. Mh... Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das Spiel geht. Wir machen... Machen wir eine neue Runde. Und da habe ich mich nicht gedummt. Das Spiel entgeologist. Jaaa! Boah, toll, da ist keiner. Sollte es mal schaffen, weil das ist aber schneller. Industriezonen. Achso, ja da war ja hier, hier, dann war das hier irgendwie, BÄM. Aber das Spiel ist lustig, also sowohl, dass man auch mal verschiedene Spielmodi hat, also in dem Spiel zumindest. Einmal halt das, NEIN! Och Mann! Der hätte nicht sein dürfen, das war doch kurz bei uns. Ja, auf jeden Fall begeistert mich das sehr, also ich bin eigentlich, ja, ein richtiger Fan von solchen Spielen. Als wenn die Shooter so sind und dann auch noch so geil aufgebaut wird dieser. Aber leider stimmt man hier viel zu schnell. Ja, aber es macht Spaß! Deswegen spiele ich doch ne Runde! Ah! Ja! Ah! Ey! Nein! Warum kann ich... Das ist ja... Das ist ja geil! Jetzt wünsche ich sozusagen hin und her. Nein! Ihr scheiß Primaten! Geh weg, Mann! Okay. Boah! Ja, mich tötet so ein scheiß Affe oder was? Alter! Geh doch sterben! Mann! Der verarscht mich Leute! itself ja. Ah! Ah! Ja, wenn du noch mal ko! Na, 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 na Na, 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 na! Na na, na, na Ok... Nenenenenenen Wow... Ach so... Ich kann auch so da rufen... So... Und jetzt da rein... So... Und jetzt nochmal der ganze Scheiß hier... Nein! Och Mensch... Dieser Controller... Ja ja... Xbox 360 ist doch nicht so toll... Der Controller zu wenigstens... Vielleicht sollte ich mir doch nochmal einen richtigen Nintendo-Controller anschaffen... Gibt es eigentlich noch einen Adapter dafür? Ich weiß das gar nicht... So Nintendo-Controller für PC und sowas... Ja, mal ganz cool... Ähm... Ja, so... Ich wünsche es euch klappt dann... Ja... Dann war es das auch... Für heute von mir... Ja... 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 Komm... Ach man... Das gibt's doch nicht... Wie schlecht bin ich denn? Sehr schlecht! Tut hoch... ...und drüber... ...und runter... Aber ich verkack immer an der gleichen Stelle! Na doch nicht! Wechsel! Geschafft! Ja! Fick dich, Alter! Du mit deinen scheiß Granaten... Pisser, du! Nein, Mann! WTF! Ja, ich will da runter! Wie komm ich da runter? Ja, los! Geh kaputt, geh kaputt! Ja, ja, ja! Oh! Ja, 3er Scheiß! Fick dich! Scheiß Affen, Alter! Boah! Boah! Oh doch, nein nein nein! Oh! Boah! Ey! Ich spring doch! Du Lack-Affel! Ja egal! High-Score! Mal gucken! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? wow ich bin bei ich bin ne oder bin ich der erste egal auf jeden fall würde ich mal sagen wir gucken doch mal mit der frau kurz rein ob da was anderes ist kriegt sie den bonus oder nicht ne kriegst du nicht ne was ist das für ein spiel ein spiel wo eine frau keinen titbonus kriegt ne anscheinend nicht naja also das spiel an sich gefällt mir gut es ist halt ja ein bisschen schwer für ungeübte spiele aber man gewöhnt sich ja schnell ein alles in allem macht es wirklich spaß also ist ein schöner zeitvertreibung die steuerung ist einfach ja was gibt es da noch zu sagen gar nichts eigentlich ich würde sagen das war es mit diesem flop game und mit mir wieder wir sind uns dabei ach ich sehe gerade oben steht ein roten drück start heißt das es könnte wirklich jetzt noch ein zweiter spieler dazukommen das ist ja ja also das und ich würde mal sagen das war es dann mit dem flop game bis dahin tschüss tschüss